So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 19.11.2021. Gemeinsam mit Mark, jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Mit ein bisschen Verzögerung jetzt angefangen, war gerade ein bisschen irritiert. Ich wollte gerade auf Play drücken und stellte dann fest, dass wir einen recht scharfen Spike im Goldpreis zu sehen bekommen haben. Also Gold habe ich logischerweise auf dem Schirm, ausgehend immer noch von meiner bestehenden Position. Ich habe die jetzt ein bisschen reduziert, ausgehend von der jüngsten Price Action. Aber nichtsdestotrotz, also gestern ganz besonders, ich werde darauf gleich ein bisschen in den Detail eingehen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich weiter die Preisentwicklung dort auf dem Schirm. Push von 10 Dollar innerhalb kürzester Zeit. Sehe zeitgleich, dass US-Zinsen 1,6% wieder deutlich unterschritten haben. Und wieder einen Flashout zu sehen bekommen. Und sehe parallel dazu, dass wir den Euro-US-Dollar unter 1,13 erneut rutschen sehen. Und das ist eine Gesamtkonstellation, bei der ausgehend von langjährigen Erfahrungen am Markt, der erste Gedanke, der dich hier in diesem Zusammenhang trifft, in Anführungsstrichen, ist, irgendwo ist gerade was passiert. Also das ist eine leichte Risk-Off-Tendenz. Wir haben auch den DAX mit einer Attacke jetzt auf die 16.2 gesehen. Das ist noch kein scharfer Push auf der Unterseite, der da stattfindet. Und habe dann gesehen, dass Österreich jetzt wohl ab dem 1. Februar eine Impfpflicht verhängen möchte. Ja, vermöchte, weiß ich nicht. Also möchte ist das so wahrscheinlich. Es wird so kommen und fertig. Parallel dazu wird wohl ab Montag laut des Kanzlers, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, Schallenberger, glaube ich, heißt der neue Kanzler, soll ab Montag auch ein Lockdown verhangen werden. Und parallel dazu läuft über den Ticker, dass der Gesundheitsminister, ist er noch Gesundheitsminister? Ich bin so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Aber scheinbar geschäftsführend mindestens noch im Amt. Spahn hat wohl auch gesagt, dass er nicht ausschließen kann, dass ein Lockdown kommt. Nicht, dass das überraschend kommt, diese News. Wir erinnern uns dran, wenn wir den Gesamtzusammenhang erkennen. Wir haben auch gerade Erzeugerpreise gesehen aus Deutschland, die über den Ticker gelaufen sind, die weiterhin einen deutlich inflationären Druck eben widerspiegeln. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass das Gesamtbild in diesem Zusammenhang einfach in die Richtung geht. Dass man in irgendeiner Form versucht, mit Sicherheit auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes in irgendeiner Form zu kontrollieren, um einer hyperinflationären Tendenz eventuell entgegenzuwirken. Also, in Anführungsstrichen, das Kind ist an den Brunnen gefallen, Unterbrechung der Lieferketten durch eben die ersten verhängten Lockdowns über das Jahr 2020. Und jetzt mit etwas zeitlicher Verzögerung, also man hätte vielleicht das ein bisschen früher erwartet, aber jetzt geht es rund, in Anführungsstrichen. Und wir müssen jetzt in irgendeiner Form, oder wir sehen jetzt Maßnahmen, die dagegen in die Wege geleitet werden. Ich muss aufpassen, nicht, dass man mir unterstellt, ich würde da irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimfallen. Corona gibt es, Corona ist eine gefährliche Krankheit, das steht außer Frage. Ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen und in diesem Zusammenhang Zweifel diesbezüglich gab es eigentlich nie. Also, die wurden jetzt auch nochmal bestätigt eben tatsächlich aus diesen persönlichen Gesprächen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man jetzt aktuell eben diese Krankheit und die aktuellen Entwicklungen vorschiebt, um von dem nicht nur eigenen politischen Versagen abzulenken, sondern vor allem um diese sich jetzt immer schneller drehenden Inflationsspiralen und den daraus auch resultierenden Verwerfungen, die das gesellschaftlich, sozial nach sich ziehen wird, entgegenzuwirken. Und ich will es noch nicht überbewerten. Also schauen wir mal, wie sich das auf dem breiten Markt auswirkt. So wirklich überraschend kommt es, glaube ich, nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das eben gerade so ein bisschen das, was mich jetzt für die letzten zwei Minuten so ein bisschen hat beschäftigt und in Folge dessen ich das Money-Meeting, wie gesagt, mit leichter Verzögerung begonnen habe. Bevor wir ganz offiziell starten und einen Blick auf all diese Geschehnisse werfen und das alles in den Kontext setzen, zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebel-Effekt kann im Trading für und gegen einwirken. Ausgehend hiervon macht man sich mit seinem persönlichen Risikoprofil zunächst vertraut, dann beginnt man den Handel mit einem Demokonto risikofrei, entscheidet dann schlussendlich, ob der Handel sich wirklich mit diesen Produkten für ein eignet, ausgehend von dem Risikoprofil des Produktes und seiner selbst und dann kann man sicherlich dann auch früher oder später den Switch in Richtung Live-Konto gehen, sofern man zu dem Schluss kommt, dass sich der Handel eignet. Der vollständige Risikohinweis auf der Webseite markets.com.de, dort auch die Möglichkeit, sich eine kostenlose Demo runterzuladen. Hinausgehende Informationen rund um die Produktpalette, die über Devisen, CFDs auch physische Aktien umfasst und ETF-Trading beispielsweise, also sogenanntes Multi-Asset-Brokerage, findet ihr auf der Webseite oder beziehungsweise auch gerne als E-Mail an die Elena. Habt ihr Fragen rund um die Märkte und wollt eure Meinung, eure Einschätzung hier teilen zu diversen, nicht nur aktuellen global-makro-economischen Entwicklungen, auch Trading-Setups und dergleichen, nutzt gerne die Möglichkeit, einmal hier im Livestream jetzt eure Fragen zu stellen oder unterhalb des Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut oder gerne bei mir auf der Webseite im Forum, in der Trading-Chatbox jk-trading.com oder in der Discord-Community oder über Twitter oder per E-Mail jklat-at-jk-trading.com. Also gibt es diverse Möglichkeiten, wie wir zusammenfinden können. Wir switchen einmal hier rüber in den DAX. Ich räume hier ja kurz ein bisschen den Hintergrund auf. Also da sehen wir diesen Flasch, in Anführungsstrichen, diesen Push auf der Unterseite. Ganz wichtig, in dieser Konstellation, der hatte sich technisch schon so ein bisschen abgezeichnet, der eine oder andere, bevor ich jetzt hier den Bildschirm groß mache. Wie gesagt, ich gucke mal ganz kurz nach, ob hier alles gut übertragen wird, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Das ist eine interessante Herangehensweise an Fabio, Stichwort Impfpflicht. Das ist insofern ganz interessant, weil ich habe mich tatsächlich letzte Woche noch am Freitag warst mit einem Pharmazeuten unterhalten, also mit einem Apotheker in diesem Zusammenhang. Und der ist tatsächlich nicht nur Apotheker, sondern der ist dahingehend, in Anführungsstrichen, besonders, weil er unter anderem auch als Berater für die Bundesregierung agiert, beziehungsweise für das Bundesgesundheitsministerium. Und in diesem Zusammenhang beispielsweise sein Feedback gibt im Hinblick auf, wo sollen zum Beispiel Millionen, die Steuergelder, Gelder, die zur Verfügung stehen, ausgehend von Steuergeldern, in welche Projekte sollen diese fließen? Also was ist vielversprechend? Welche Technologien bieten sich an? Wie ist die Aufstellung des jeweiligen Unternehmens, wo man dann plant, entsprechende staatliche Subventionierung auf den Weg zu bringen und dergleichen? Also der weiß schon, wovon er redet, in Anführungsstrichen. So möchte ich es mal sehr plump formulieren. Und der sagte in diesem Zusammenhang, in Bezug auf eine Impfpflicht, dass die STIKO in diesem Zusammenhang, auch wenn wir wissen, dass das mittlerweile sehr, sehr politisch ist, was da stattfindet, aber er sagte erst mal, dass dies ein Teufel tun wird, solch eine Impfpflicht an dieser Stelle eben auszusprechen, weil dafür einfach die Datenlage gar nicht ausreichend ist, die einen solchen Schritt rechtfertigt. Und dann kommt ja immer gerne der Verweis zum Beispiel in Bezug auf Masern und die Impfpflicht diesbezüglich. Also wenn du jetzt ein Kind zum Beispiel in die Schule geben möchtest, also besonders jetzt bezogen auf Kinder, aber das gilt auch darüber hinausgehend, auch für Erwachsene sicherlich, dann ist es so, dass ja das Kind gegen Masern geimpft sein muss und so weiter. Harald hat ja verwiesen, dass er sagt, ja, das ist aber eine ganz andere Grundlage, auf der da entsprechend diese Empfehlung, beziehungsweise diese Pflicht, diese Verpflichtung zu einer Impfung eben ausgesprochen wird. Deswegen ist das nicht so einfach. Also wenn wir solch eine Impfpflicht sehen, dass sie auf den Weg gebracht wird, dann würde ich an dieser Stelle, jetzt unabhängig davon, wie man dazu steht, und man sagt, ja, gut oder nein, nicht gut, beziehungsweise das spricht dafür, das spricht dagegen oder wie auch immer, ich würde dann an dieser Stelle erstmal tief durchatmen, einen Schritt zurückgehen und das weniger emotional betrachten. Und ich vermute, ich würde zu dem Schluss kommen, dass ich sagen würde, dass das Installieren einer solchen Impfpflicht ist in diesem aktuellen Kontext, in dem wir uns wiederfinden, eher eine zutiefst totalitäre Maßnahme, die dort verabschiedet wird, weil sie potenziell nicht auf zwangsläufig wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Also zumindest ist das der Eindruck, ich bin kein Experte in diesem Zusammenhang, aber das ist der Eindruck, der sich dann bei mir so ein bisschen etablieren würde. Und ich glaube, dass wir da sehr vorsichtig sein sollten, ob wir danach jetzt schreien, aus der aktuell ganz bewusst vielleicht auch wieder provozierten Emotionalisierung der gesamten Debatte, die wir vorfinden. Alles, was wir jetzt gerade haben, Engstände, Engstände, Engpässe, beispielsweise im Krankenhaussegment und dergleichen, das kommt ja nicht das erste Mal. Das fällt ja nicht wie ein Zufall vom Himmel und jetzt stehen wir plötzlich davor und sagen, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Das hatten wir schon letztes Jahr, das hat sich abgezeichnet, das hatten wir schon in den letzten Jahren. Wir müssen in dem Zusammenhang ja nur mal in die Headlines schauen, also Boulevardzeitungen ganz besonders, die BILD hat ja immer sehr, sehr drastische zum Beispiel Headlines hier in Deutschland eben formuliert, Grippesaison und dergleichen. Deswegen glaube ich, dass da eventuell so ein bisschen eine weniger emotionale Debatte sinnvoller wäre. Also ich glaube, man sollte dann in diesem Zusammenhang erst einmal hier entsprechend für und wieder abwägen und sich nicht gleich pauschal ausgehend von einer emotionalen Tendenz auf die eine oder andere Sande schlagen. Also anders formuliert, wir als Trader, wir wissen, wovon das an der Stelle ist. Also es heißt etwas anders, wir haben Fakten und ausgehend von diesen Fakten stellen wir unsere Trade-Hypothese eben entsprechend auf. Emotional auf einen zum Beispiel, nehmen wir mal Newsrelease, Quartalsbericht zum Beispiel, wird veröffentlicht, sieht super gut aus, dann würden wir erst mal sagen, naja, deswegen muss die Aktie eigentlich steigen und deswegen gehe ich long. Ausgehend hiervon werden wir wahrscheinlich langfristig nur sehr, sehr schwierig einen Fuß im Hinblick auf die übergeordnete Profitabilität in unserem Trading auf den Boden bekommen, wahrscheinlich sogar zutiefst unprofitabel agieren, weil das eine zutiefst emotionale und nicht faktenbasierte Einschätzung ist, sondern einfach nur ein Gefühl. Das ist so eine Daumenregel. Gute News, deswegen muss die Aktie steigen oder Euro steigen oder wie auch immer dergleichen. Wir sollten das im Gesamtkontext betrachten und genau so sollten wir besonders im Hinblick dann auf unsere Gesundheit solche Entscheidungen eben auch treffen. Und das ist eben durchaus etwas, was eben auch von Leuten, die sich in diesem Zusammenhang damit auskennen, zumindest ausgehend von meiner persönlichen Gespräche, die ich jetzt führe in diesem Zusammenhang, eben mit unterstrichen wird tatsächlich. Es ist auch ein generelles Gefühl, was sich jetzt zu Beginn zu etablieren bei all denjenigen, bei denen sich jetzt diese sogenannte Booster-Impfung eben anbietet, die jetzt auch ausgesprochen worden ist. Ich habe bis jetzt noch nicht einen getroffen, der gesagt hat, ja, mache ich. Sondern diese Leute sind dann eher nicht nur sehr reserviert, sondern sagen, dann recht dramatisch auch. Die haben da wohl einen Vogel, das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Also die werden dann auch in diesem Zusammenhang sehr emotional. Etwas, womit ich gerechnet habe, ehrlich gesagt. Denn ich bin in den seltensten Fällen mit Leuten in irgendeiner Form zusammengekommen, nachdem dann diese ganzen Maßnahmen geliftet worden sind und mit denen man sich dann auch logischerweise über dieses sehr, sehr emotionale Thema, was es ist, Impfen unterhalten hat. Ich habe nicht eingetroffen, also mit Ausnahme von ganz mir eng Verwandten, aber ich habe tatsächlich darüber hinausgehend kaum jemanden getroffen, der sich aus gesundheitlichen Gründen hat impfen lassen. Es war immer das Hauptargument, ich will mein altes Leben zurückhaben. Ich möchte verreisen, besonders die Sommersaison. Ich möchte wieder meinen Sojalatte irgendwie irgendwo im Kaffee trinken oder sonst dergleichen. Das war der Hauptgrund. Und naja, also wenn man das Ganze mal ein bisschen aus der Perspektive betrachtet hat, Solidarität wurde da auch gerne als Argument vorgetroffen, dann hat man gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich aus diesen Gründen impfen lassen würde. Ich glaube, dass du da eventuell vielleicht lieber einen medizinischen Grund haben solltest und andernfalls eher in Anführungsstrichen warten oder beziehungsweise das Argument hat man nicht zählen lassen. Und genau diese Leute, und das habe ich auch letzte Woche wiederum zeitgleich gesehen, junger Typ, Anfang 20, wirklich einen richtigen Schal gehabt. Nachdem sich jetzt diese 2G-Plus-Regelung herauskristallisiert, Lockdown und dergleichen, und sagt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt habe ich mich impfen lassen. Ja, klar, okay, ich wollte in den Urlaub fliegen, in Ordnung, aber ja, was ist denn jetzt? Ja, mal ganz zu schweigen von all denen, die sich haben für den Urlaub impfen lassen, um dann festzustellen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also, ich formuliere es anders. Also, das heißt, das ist jetzt ein Schlag ins Gesicht für alle diejenigen, welchen, die zunächst geglaubt haben, es läuft alles wieder auf den Prä-Corona-Modus zurück. Und jetzt stehen plötzlich alle da und stellen fest, alles anderes zu laufen. Und deswegen müssen wir jetzt auch eine Pflicht einführen, weil sonst kriegst du die Leute eben tatsächlich nicht. Nochmal, da sind wir allerdings nicht bei medizinischen Gründen eventuell, sondern eventuell bei dem Etablieren totalitärer Strukturen, wo man sich schon die Frage stellen sollte, spreche ich mich für die aus oder bin ich eventuell der Nächste in der Reihe, weil dann darüber hinaus irgendeine Maßnahme erfüllt wird, die ich nicht willens bin zu erfüllen, die mir dann aber aufgezwungen wird. Also, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, glaube ich, die wir gerade sehen. Und deswegen sollten wir in dem Zusammenhang die Sache nicht so emotional eben tatsächlich herangehen, sondern das Ganze mal ein bisschen gesünder betrachten, gesünder betrachten und ein bisschen mit Abstand mal durchatmen, weniger emotional und das Ganze mal auf Fakten basieren und vor allem auch, welche Türen wir dort eventuell öffnen. Und ja, das, also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt so das, was gerade über den Ticker lief, was vielleicht auch diesen Flasch dann hier nach sich gezogen hat, was am Euro-US-Dollar eben für diesen kurzen Push auf der Unterseite gesorgt hat. Also, der sieht schon seit heute früh eigentlich Abgabedruck und hat dann jetzt hier nochmal die Bewegung beschleunigt auf der Unterseite unter das 1,13er-Level. Es ist alles erstmal, es sieht im ersten Moment so aus, als wenn wir einen Kausalzusammenhang, so möchte ich mal sagen, hier sehen. Also, das heißt, dass das eine gerade das andere triggert in irgendeiner Form. Wir sehen eben auch hier beispielsweise diesen Flasch dort von 30, 40 Punkten im DAX zum Beispiel, 10,25 Uhr, das kommt in der Zeit relativ gut hin. Ich will es nicht überbewerten, mal schauen, wie sich das jetzt ausgeht, wie gesagt, weil es sich abgezeichnet hat. Also, wenn man das Ganze mal etwas gesünder betrachtet, ich hatte auch gesagt, wir sollten immer vor uns vor Augen führen, selbst wenn wir gesellschaftlich dramatischste Verwerfungen zu sehen bekommen, infolge dieser jetzt etablierten Maßnahmen, in einem europäischen Mitgliedsstaat beginnend und auf alle anderen sich erstreckend, also sprich Green Pass, dieser Grüne Pass in Italien oder auch zum Beispiel in Frankreich oder dergleichen, wenn das in den Mitgliedsstaaten dieser EU-Länder tatsächlich auf den Weg gebracht wird, dann können wir sagen, sowas wird es bei uns nicht geben, das dauert dann Monate, mittlerweile, möchte man sagen und dann haben wir das hier auch. Also, das ist relativ, ich glaube, naiv zu glauben, dass das eine in einem Mitgliedsstaat eingeführt, nicht dann auch früher später in einem anderen Mitgliedsstaat, in einer Union dann eben tatsächlich eingeführt wird. Aber, also kommen wir zurück auf die aktuelle Reaktion. Was eben wichtig ist in dieser Konstellation ist, dass solch ein Lockdown, der sich da jetzt abzeichnet oder sonst dergleichen, nicht zwangsläufig dazu beiträgt, dass es eben zu einer scharfen Korrekturbewegung kommt, denn es wird ja weiter zum einen ausreichend Liquidität seitens der Notenbank zur Verfügung gestellt, das gilt für die FED in den USA, aber das gilt auch hierzulande für eben die EZB und dann den Euroraum. Das bedeutet also, das allerhöchste der Gefühle ist eventuell mal eine kurze, vielleicht schärfere Korrekturbewegung, auf die dann relativ zügig aber wahrscheinlich wieder Käufer in den Markt kommen, weil sich nämlich zeitgleich herauskristallisieren wird, du hast eigentlich keine Alternative, als deinen Wohlstand in Sicherheit zu bringen, in Anführungsstrichen, als jetzt in Sachwerte zu gehen, ausgehend von diesem aktuellen Inflationsdruck, der sich aufbaut. Und das ist eben genau das, wo ich sage, kurzfristig hat sich dieser Break hier abgezeichnet. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt viel geredet an dieser Stelle. So, hier ist, oh, Verzeihung, ich habe es ganz vergessen. Einmal hier, das Morning Meeting kann man auch im Forum ablesen, aber hier, da habe ich das geschrieben gehabt. Das war der Tweet von heute früh aus dieser Trading Chatbox, von der ich gerade sprach. Also Open Range haben wir 2,56, 2,99, hier dieser Bereich. Und dann schrieb ich eben Itraday Vorteil unterhalb. Wir haben schon da Schwierigkeiten gehabt, den EMA 50 zurückzuerobern. Also der Vorteil auf der Short-Seite zeichnete sich schon ab. Zunächst Short, Break der Trendlinie, auf H1 macht Zeitnamen Drop bis 16,2. Haben wir jetzt zu sehen bekommen, eventuell gar 16,050, 100 möglich. Und das ist jetzt so genau das, was sich beginnt hier heraus zu kristallisieren und das war noch vor dieser News. Also rein technisch hat sich dieses Bild schon begonnen abzuzeichnen eben. Und das, was wir jetzt zu sehen bekommen, ist eben dieser kurze Flasch. Wie gesagt, Test der 16,2, habe ich schon geschrieben gehabt. Jetzt kommt der Bounce. Die Frage der Fragen ist es eben jetzt, gelingt es an dieser Stelle besonders den EMA 50 hier zurückzuerobern? Wenn nicht, wenn wir uns unterhalb stabilisieren, sogar neue Tagestiefs eben beginnen zu markieren, dann ist denkbar, dass wir diese grün gestrichelte Linie dann hier anlaufen. Also diese Region, Breakout-Region von eben hier, mal kurz die Tage zurückrechnen, Dienstag war es am Dienstag, beziehungsweise dann Beschleunigung besonders auf der Oberseite am Mittwoch, nee Moment, am Montag, am Dienstag war dann der Breakout, das Stabilisieren oberhalb, genau die Squeeze. Also das heißt, dass wir dieser Ausbruchregion eben in dem Fall hier um diese grün gestrichelte Linie eben anlaufen. Was aber nicht bedeutet, dass sich das Bild grundsätzlich dramatisch eintrübt. Also das sieht jetzt im kurzfristigen Bereich, sieht das irgendwie, naja verheerend ist das falsche Wort, besonders vor dem Hintergrund der jetzt jüngsten sehr sehr niedrigen Volatilität, muss man sich vor Augen führen, wir haben jetzt hier von der 16.3 einen Dropped gesehen von rund 120 Punkten, das ist auf den Indexstand noch nicht mal als 1%, also das ist wirklich verhältnismäßig klein, aber es nimmt natürlich hier, besonders bei solch einer Abwärtsdynamik, es erweckt den Eindruck, als wenn da richtig Abwärtsdynamik reingekommen ist, weil eben auch die letzten Tage relativ irvolatil waren. Das muss man dann an dieser Stelle natürlich berücksichtigen. Könnte aber noch tiefer rot werden, wie gesagt, mit neuen Tagestiefs und unterhalb der 16.180, wie gesagt, dann Ziel 16.100, 16.050, 16.100 ungefähr. So, das also die Einschätzung zum DAX. Neutralisiert würde dieses Bild, sobald wir den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben wieder zurückerobern würden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, Erzeugerpreise, ganz genau, einen kurzen Augenblick, die habe ich noch nicht aufgemacht, aber da gucken wir noch mal ganz kurz drauf, Trading Economics, so, United States Euro Area. Inflation Rate, das ist nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen die Producer Price, aber wir machen mal hier die Preise gleich, Producer Price Inflation, Producer Price Change, ich glaube, das trifft tatsächlich gut. Sind wir jetzt bei 16%. Ja, ich hatte das schon gesagt, das ist eine weiter ganz klare Aufwärtstendenz, die hier erkennbar ist. Erzeugerpreise haben eine direkte Auswirkung auf die Inflation, denn Erzeuger, Querstrich Produzenten, die reichen natürlich die jetzt höheren Kosten beim entsprechenden Erzeugen der jeweiligen Produkte auf den Endverbraucher weiter. Das heißt, etwas anders formuliert, wenn wir hier entsprechende Aufschläge sehen, die auch deutlich oberhalb des Konsens veröffentlicht werden. Wir sehen, die E-Forecast, Trading Economics Forecast, 14,8%, 15,2%, 16% sind wir eben jetzt. Jetzt ist halt jetzt so ein bisschen der Punkt erreicht und das ist das, wo, wie gesagt, sich der Kreis schließt, weswegen ich glaube, dass es Sinn macht, dass man das Gesamtbild betrachtet. Stichwort Lockdown und so weiter. Du versuchst auf diesem Weg im Grunde genommen zu kalibrieren, zu steuern an dieser Stelle, wie schnell das Geld umläuft. Denn die Umlaufgeschwindigkeit bestimmt ganz wesentlich die Inflation und den Preisdruck, der sich aufbaut. Je schneller das Geld umläuft, desto stärker kommt das eben zu Preisspiralen an der Stelle und entsprechenden Preisdruck, beziehungsweise also Preisdruck von unten nach oben an der Stelle, so müsste man es vielleicht formulieren. Und wenn du jetzt natürlich einen Lockdown einführst oder nochmal auf den Weg bringst, dann verhinderst du ja im übertragenen Sinne, dass die Leute hergehen und entsprechend eben konsumieren, beziehungsweise weniger stark konsumieren. Jetzt hatten, ich hatte das ja schon gesagt gehabt im Hinblick auf diese aktuelle, dieses mit dem Fingerzeigen auf Ungeimpfte. Wie gesagt, das ist eine nicht nur zutiefst verstörende Debatte, die da auf den Weg gebracht wird, sondern die soll vor allem vom eigenen Versagen ablenken und vor allem die soll das Unausweichliche, nämlich dass es zu einer sehr starken hyperinflationären Tendenz eventuell sogar kommt, soll das eventuell auch mitdämpfen. Dass man nämlich sagt, wir nehmen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die stecken wir jetzt im Grunde genommen zu Hause ein und das Einzige, was die noch dürfen, ist in den Supermarkt zu gehen und sonst keinerlei Konsum, besonders jetzt auch im Weihnachtsgeschäft in irgendeiner Form auf den Weg zu bringen. Das ist natürlich sehr, sehr stark vereinfacht, aber wie sagt man auch so schön, in der Notfrist der Teufel fliegen, also die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen, die darf schwer bezweifelt werden, ich sagte ja auch, dadurch, dass es eben noch kein digitales Zentralbankgeld gibt, kannst du das nicht steuern. Also da könnte man entsprechend über Rationierung sagen, du darfst heute noch konsumieren, du darfst nicht mehr konsumieren, du hast die Woche schon genug konsumiert, jetzt mal sehr einfach gesprochen. Jetzt stellt man allerdings wahrscheinlich fest, beziehungsweise realisiert, oder vielleicht ist das auch so eine Panik, die dann eben einsetzt, jetzt stellt man plötzlich fest, naja, das wird eventuell nicht ausreichen und deswegen weiten wir das aus. Also nicht, dass ich in irgendeiner Form diese dramatischen Zustände, die sich wahrscheinlich auf den Intensivstationen in irgendeiner Form bezweifle, nicht mal, dass man das falsch versteht, aber ich muss ehrlich gestehen, also der Punkt, an dem ich noch irgendetwas geglaubt habe, im Hinblick auf das, was dir dort an News präsentiert wird, der ist langsam, aber sicher nicht mehr gegeben. Also ich glaube nichts, was ich nicht selber mit eigenen Augen gesehen habe und wo ich mir mein eigenes Bild dann auch nicht nur drüber gemacht habe, sondern meine eigenen Gedanken zugemacht habe. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich diese Situation nicht ähnlich dramatisch einschätze, aber was wir eben auch wissen ist, dass letztes Jahr eine ähnliche Panik verbreitet worden ist und dass letztes Jahr in diesem Zusammenhang eben entsprechend die Situation sich dann in der Nachbetrachtung doch nicht so dramatisch dargestellt hat, sondern dass es dort eben ganz besonders aus wirtschaftlichen Gründen solch eine Panikmache eben tatsächlich gab und dass ja auch entsprechend finanzielle Anreize geliefert worden sind. Jetzt hat man sich bereits ja auf diese, ich glaube, das heißt jetzt Hospitalisierungsinzidenz, glaube ich, habe ich jetzt hinbekommen, so heißt das jetzt, glaube ich, da sind wir, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, tatsächlich, wie auch immer das zu verstehen ist, das ist wieder so eine willkürlich festgelegte Zahl, die woran auch immer sich, also wie viele Intensivkapazitäten ausgelastet sind oder so, also wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, so scheint es auf jeden Fall, so stellt bei mir der Eindruck, ich glaube, dass das ganz bewusst emotionalisiert wird, um eben dann auch die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung, selbst bei jenen, die eben dann diese Impfung schon erhalten haben und dachten, sie kriegen ihr Leben zurück, diese Zustimmung zu erhalten. Deswegen muss diese Emotionalisierung jetzt besonders dramatisch stattfinden. Das ist nochmal der Eindruck, der bei mir entsteht und ich glaube, dass das an erster Stelle vor allem diesen wirtschaftlichen Aspekten, die hier sich nicht mehr wegdiskutieren lassen, eben dient und in diesem Zusammenhang eben um den Inflationsdruck in gewisser Form irgendwie zu dämpfen. So und also, lange Rede, kurzer Sinn, was wir, wie gesagt, jetzt hier in diesem Zusammenhang zu sehen bekommen, ist, dass die Zahlen diese Tendenz weiter bestätigen und infolge dieser steigenden Inflation früher oder später sich das dann auch bemerkbar machen wird, selbstverständlich, in den Spikes in den Zinsen. Bis jetzt sind die noch nicht ausmachbar. Wir gehen mal ganz kurz hier auf 10 Jahre. Wo habe ich sie denn? Da. Also bis jetzt macht sich das noch nicht bemerkbar. Bis jetzt ist das eher eine topische Tendenz in 10-jährigen Bunds an der Stelle. Wir hatten ja hier eine sehr, sehr starke Beschleunigung von Mitte August, also Spätsommer, an der Stelle bis jetzt hier Mitte, Ende Oktober, fast auf 0% zurück. Also das heißt, wir haben hier von minus 0,5% innerhalb relativ kurzer Zeit eigentlich, innerhalb von zwei Monaten, haben wir hier eine Bewegung von 50 Basispunkten gesehen. Das ist eine fast schon dramatische Entwicklung, die auch dem Umstand eben des steigenden Inflationsdrucks geschuldet ist, weil die Marktteilnehmer sagen, hey, pass mal auf, ich will dann jetzt hier höhere Zinsen für meine Einlage haben, um entsprechend den Kaufkraftverlust abzufedern. Nicht, dass das hier bei negativen Zinsen in irgendeiner Form möglich wäre, also sicherlich nicht, aber nichtsdestotrotz ist das eben die Überlegung, die dem zugrunde liegt. Und dieser Druck, der jetzt hier wieder ausgeübt wird, der wird meiner Einschätzung nach ganz besonders ausgeübt, sehr wahrscheinlich sogar, durch entsprechende Gegenmaßnahmen seitens der EZB. Wir können mal ganz kurz, wir können auch hier bleiben und wir gehen auf Money und wir gehen mal hier auf das Central Bank Balance Sheet. Also was wir hier erkennen können, ist, dass die, es ist unverkennbar, das ist, also das ist die Zentralbankbilanz, die jetzt hier auf Wochenbasis entsprechend eben veröffentlicht wird. 5. November ist der letzte Print, den wir zu sehen bekommen haben, also von vor zwei Wochen. Und wir erkennen, seit August hat diese Ausdehnung der EZB-Bilanz kontinuierlich sich weiter beschleunigt. Also wir sind gestartet, in Anführungsstrichen hier, das war der 29. August, muss es gewesen sein, sind wir gestartet bei knapp unter 8,2 Billionen Euro, Zentralbankbilanzsumme. Und diese wurde ausgedehnt jetzt auf nahezu 8,4 Billionen. Das ist eine Differenz an der Stelle von 200 Milliarden, 200 Milliarden Euro Zentralbankbilanzausweitung, also Anleiheaufkäufe durch die EZB innerhalb eines Zeitintervalls hier, das können wir ja selber ausrechnen, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zehnte Woche. Zehn Wochen. 200 Milliarden mehr. Wir können mal an der Stelle ganz witzig mal zurückgehen, nur um eine Idee zu bekommen. Als wir hier angefangen haben, das waren also zehn Wochen, als die Zentralbankbilanz hier begann, in Anführungsstrichen, eine Rolle zu spielen, bei der Einführung des Euros, das war im Jahr 1999, hier zurückgehen, man kann es erkennen, kann man da, gibt es da einen Zeitstempel? Nein. Also 1998, 1999 in dem Dreh, da lag die Zentralbankbilanz bei, ich glaube, roundabout 800 Milliarden. Wir haben jetzt 25 Prozent der Ursprungssumme innerhalb von zehn Wochen obendrauf gesetzt. Also nur, dass man mal eine Verhältnismäßigkeit bekommt. Und in diesem Zusammenhang erkennt man eben auch, wie man versucht, diese Spikes in den Zinsen abzufedern, beziehungsweise wie man diesen entgegenwirkt. Also dieser, diesem Druck, der hier stattgefunden hat, dem tritt man entgegen. Der wäre noch viel stärker gewesen, hätte die EZB. Also das sind natürlich jetzt deutsche Staatstitel, ganz wichtig, nicht, dass man das verwechselt, aber logischerweise darf man davon ausgehen, dass hier auch deutsche Bonds oder Bunds an der Stelle gekauft worden sind. Diese Entwicklung, dieser Spike in den Zinsen von bereits 50 Basispunkten, was eine Riesenbewegung ist, also wir reden von einem der liquidesten Future-Märkte der Welt, von einem, von einem zutiefst breiten und tiefen Markt, die wäre noch mal ein vielfaches dramatischer gewesen, hätte die EZB nicht hier entsprechend dramatisch, jetzt können wir das gar nicht mehr sehen, entsprechend dramatisch gegengesteuert. Und diese Entwicklung, die sollte man nicht unterschätzen. Also das ist eine massive Manipulation, die stattfindet, um dieses in Anführungsstrichen Spiel am Laufen zu halten. Und die Frage, die sich jetzt mittlerweile nur noch zu stellen scheint, so zumindest mein Eindruck, ist, wie lange kann ich den Korken in der Flasche halten, bis es einen riesengroßen Knall gibt und wir dann diesen, ich glaube Markus Krall bezeichnete das als diesen Ketchup-Effekt eben sieht, also das ist ja, ich habe jetzt die Champagnerflasche, Markus Krall sagte eben den, diesen, diesen, diesen Flatsch-Moment, diesen Ketchup-Moment an dieser Stelle eben, wenn du die ganze Zeit oben auf den Boden drauf haust, damit was rauskommt, kommt was raus und dann kommt irgendwann, und dann hast du einen riesengroßen Ketchup-Klecks auf deinen Pommes, nicht so dosiert, wie man das sich vielleicht ursprünglich gewünscht hätte. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Diese aktuelle Entwicklung, die wir hier zu sehen bekommen, sollten wir nicht unterschätzen und wie gesagt, um diesen Inflationsdruck, der sich hier aufbaut und der sich in Zinsen widerspiegelt und der sich auch nicht mehr kleinreden lässt, dem versucht man, meiner persönlichen Einschätzung nach, durch diese aktuell drastischen Maßnahmen entgegenzutreten und das, was man als Grund vorschiebt, ist sicherlich dramatisch, nochmal, ich will es nicht irgendwie relativieren oder sonst dergleichen. Es ist sicherlich eine dramatische Entwicklung, nichtsdestotrotz erinnert sehr viel in der Rhetorik und auch in der Verzweiflung und auch in den Widersprüchen, in den teilweise widersinnigen Entscheidungen, die dort auf den Weg gebracht werden, erinnert sehr viel daran, was wir von einem Jahr gesehen haben. So lange ist das noch nicht her und genau deswegen sind wir in der Lage, vielleicht hier mal einen Schritt zurück zu gehen, mal durchzuhaben und zu sagen, irgendwas ist hier im Argen, tatsächlich. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir solche Maßnahmen sehen werden. Wir werden den Lockdown sehen. Der Lockdown, der wird nicht ganz so dramatisch ausfolgen, weil er sich auch wahrscheinlich dann wirklich verfassungsmäßig nicht mehr durchdrücken lässt vor dem Hintergrund dessen, dass diese 2G-Regel dann in anderen Bereichen eingeführt wird. Das Einzige wird nur sein, es wird ja kaum noch jemanden geben, der diese 2G-Regel erfüllt, weil die meisten haben sich ja eben schon vor sechs Monaten impfen lassen und da ist der im Status eben hinfällig. Und vielleicht wird da der ein oder andere sagen, warum sollte ich jetzt nochmal hingehen und mich boostern lassen? Ja, ganz besonders, wenn ich vielleicht ein junger Anfang mit 20er bin, der mit beiden Beinen im Leben steht und in dem Zusammenhang vielleicht schon damals vor sechs Monaten die medizinische Relevanz nicht so wirklich erkannt hat. Jetzt hat er keine Motivation in Urlaub zu fliegen und die Straßencafés haben auch zu. Mal gucken, wie man die jetzt motiviert bekommt. Naja, die kriegt man gar nicht motiviert. Wahrscheinlich die bleiben dann zu Hause. Was allerdings dem eigentlichen Ziel, nämlich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, insofern natürlich unser junger mit Anfang 20-Jähriger tatsächlich genügend Geld hat, um es in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Aber es dient vielleicht einem anderen Ziel, einem anderen Zweck an dieser Stelle. So, das also im Zusammenhang jetzt mit dieser Entwicklung. Neues Tief, das aktiviert die 16.1 jetzt im DAX. Und was eben hier den aktuellen Risk-Off-Modus meiner Einschätzung nach unterstreicht, ist die aktuelle Entwicklung, die wir hier in Gold zu sehen bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das heute im S&P darstellt. Aber hier kann man es auch sehen. Also das ist kein Zufall, dass das alles um 10.25 läuft. Also schaut auf die Zeitstempel. 10.25 Spike in Gold auf der Oberseite, Spike auf der Unterseite hier, beginnend 10.20, 10.25 im DAX. Also da ist durchaus erkennbar, dass da eine direkte Korrelation offensichtlich zu bestehen scheint. Und ja, eventuell ist das jetzt der Trigger dann entsprechend für diesen Ausbruch aus dieser Range hier. Ich habe gestern auf diesen kurzen Flash, ich will das mal kurz zeigen, das hat hier gegen 14 Uhr noch vor der US-Eröffnung, haben wir stärkeren Abgabedruck gesehen. Und das hat mich dazu veranlasst. Ich habe mich daran erinnert, an der Stelle, was ich gestern im Morning-Meeting natürlich sagte. Dieser Gedanke, der schwebte wie so ein Damokgeschwert, nicht, aber wie so ein Schatten. In Bezug auf die mögliche Manipulation seitens eben der Stillhalter an der Stelle, Optionsverfall nächste Woche, in ein dünnes Umfeld hinein. Wir haben nächste Woche, eigentlich verkürzte Handelswoche mit Thanksgiving, Ende der Woche und dergleichen. Das ist eine Entwicklung, die es im Grunde genommen schon heraufbeschwört, dass es eventuell an dieser Stelle hier eine Manipulation seitens dieser Stillhalter gibt. Und als dieser Flash dann plötzlich, aus dem nichts kam, ohne News-Trigger, ohne alles, habe ich mich ja zu entschieden, eben hier einen Teil der Position rauszunehmen, in diesen Flash. Habe mich natürlich dann gefragt, sollte ich die wieder hinzunehmen, weil wir nämlich aktuell, dass wir dann ja eigentlich, wenn auch Verhalten, aber dennoch einen Bounce gesehen haben. Das war ein potenzieller Flushout, der sich allerdings auch in Silber bemerkbar gemacht hat. Jetzt haben wir heute früh neue Tiefs gesehen. Ich sah mich jetzt zunächst bestätigt und hier sehen wir eben doch wieder den Bounce auf der Oberseite, diese, wie gesagt, potenzielle Risk-Off-Tendenz, die wir im Markt eben ausmachen. Das ist allerdings nur das kurzfristige Treiben übergeordnet, hat sich durch diese derzeitigen Entwicklungen jetzt noch nichts groß verändert. Wir haben weiter eine bullische Konsolidierung hier. Wir haben zwar diese Aufwärtstendenz gebrochen, somit die bullische Dynamik unterbrochen, aber nichtsdestotrotz ist das weiterhin eine bullische Konsolidierung oberhalb der Breakout-Region, oberhalb dieser wichtigen schadtechnischen Region durch die Inflationszahlen vergangene Woche. Und in dem Zusammenhang ist es eben so, dass diese bullische Konsolidierung oberhalb und besonders, wenn sie jetzt länger anhält, besonders dann auch einen heftigen Breakout, besonders auf der Oberseite nach sich ziehen könnte, sofern er auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, schauen wir mal, wie sich diese Tendenz da weiter herauskristallisiert. Ziel auf jeden Fall dieser Konsolidierung, erstes Ziel, Bereich 1910, 1920 US-Dollar pro Verein. Also es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass wir oberhalb von 1,880, ist es glaube ich hier, das ist dieser Bereich um die Hochs, die wir am Dienstag ausgebildet haben, dass wir dann die 1,900er-Region, 910, 920er-Region eben entsprechend als Kursziel anlaufen. Ja, das wäre es schon für Gold gewesen. Mehr gibt es in dem Zusammenhang nicht zu sagen. Silber jetzt natürlich relativ schwächer derzeit. Auch hier habe ich übrigens einen Teil meiner Position erstmal rausgenommen. Auch wenn ich weiterhin long bin und der den Trade, auch dadurch, dass ich den Entry schon hier in diesen Gefilden gewählt hatte, den Rest des Trades schon gewinntechnisch abgesichert habe. Warum Silber jetzt hier relativ schwach performt in Performance oder in Relation zu Gold? Das hat natürlich vor allem den Grund, weil der klassische Safe Haven oder sichere Hafen an der Stelle ist Gold. Silber als positiv korrelierte 1. Klasse zu Gold selbstverständlich auch, aber Silber ist eben auch ein Industriemetall. Und deswegen performt es eben in einem bullischen Grundmodus tendenziell eher stärker, beziehungsweise hat hier dann auch besonders Gold, zum Beispiel letztes Jahr, als sich diese Rückkehr zum wirtschaftlichen Normalrückgang aus dem Rückgang oder Rückkehr ins Normal aus dem Lockdown hinaus. Hier hatte sich dann wesentlich und Outperformance technisch stärker präsentiert gehabt. Jetzt konsolieren wir schon seit geraumer Zeit seitwärts. Das ist jetzt das große Bild. Wie gesagt, wir sehen insgesamt weiter eine bullische Tendenz dadurch, dass wir eben über die 24,50 ist es dann diese Region hier vorgestoßen sind und auch seit geraumer Zeit jetzt oberhalb halten können. Was allerdings jetzt notwendig ist, ist natürlich, dass wir diesen Ausbruch auch halten können. Was davon abhängt, ob wir übergeordnet vielleicht jetzt auch in Equities beginnen, Abgabedruck zu sehen und sich beginnt die wirtschaftliche Situation deutlicher durch diese Aussicht auf Lockdown, noch verschärfende Maßnahmen und dergleichen. Vielleicht auch dann in diesem Zusammenhang der Sorge, dass die Impfstoffe nicht das am Halten, was versprochen wurde und so weiter und dass es eben doch keine Rückkehr zum Normal gibt, dass dann eine neue Hoffnung irgendwie, irgendwo ein Hoffnungsschimmer sich herauskristallisieren muss, wie auch immer geartet. Also Silber auf jeden Fall hier aktuell nicht mit dem deutlichen Push zurück in Richtung und über die 25. Müssen wir mal abwarten, ob das gelingt. Wie gesagt, das ist hier eine konsolidierende Tendenz. Diese Aufwärtsstruktur ist gebrochen. Das, was jetzt beginnt, hier wahrscheinlich ein Thema zu spielen, ist diese leichte Abwärtstendenz. Also Risiko, dass wir unter die gestrigen Tiefs rutschen. Das ist so der Bereich 24,70. Ich glaube, dann haben wir nochmal auch Potenzial, bis 24,50 und tiefer einzutauchen. Sollte es vorher gelingen, diese sich herauskristallisierte Struktur fallende Hochs eben zu brechen und in dem Moment also über die 24,90 rund gesprochen, oberhalb der 25 zu ziehen, dann könnte das ein bullisches Signal sein, welches eben weiteres Momentum eben begünstigt. Allerdings gilt es, das jetzt erstmal so ein bisschen auch abzuwarten, ob dieser Break tatsächlich dann stattfindet. So, ja, ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Einen Moment. Ach, ich weiß nicht. Ja, gute Idee. Tore. Ich habe gehört, in Wien soll das ein großer Erfolg gewesen sein. Ich dachte erst, das ist eine Fake-Headline. Muss man ja auch immer gucken. Ist das jetzt ein Satire-Magazin oder sowas? Impfen, Inzentivieren. Ich fand das schon relativ irritierend, dass man jetzt sich im Grunde genommen Bratwurst hat sichern können. Ich habe das im Sommer gehört, wir sind in den Urlaub gefahren, wir hatten Radiohannen auf der Autobahn eben und ich dachte, ich höre nicht richtig. Bratwurst fürs Impfen? Ja, dass man da Zweifel sät und dass man sich jetzt auch ganz arrogant seitens der Politik hinstellt und sagt, ja, also man sieht überhaupt gar nicht die Verantwortung bei sich und dass man da schuld ist an dieser stagnierenden Impfkampagne. Wie vielen Leuten bin ich im Laufe der letzten Monate begegnet, die gesagt haben, ich hätte mich schon lange impfen lassen, aber wenn ein Politiker sagt, lass dich impfen, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das reicht als Argument schon. Politiker fühlen nichts Gutes im Schilde. Niemals. Das sind Berufslügner, Berufsbetrüger. Das sind kriminelle Menschen einfach, die ihr eigenes, ihren eigenen Vorteil über alles andere stellen. Deswegen auch größtenteils keine Kinder haben, weil sie denen wahrscheinlich abends nicht ins Gesicht gucken könnten. Weil diese ganzen Schmutzigkeiten, die sie da fabrizieren. Und wie gesagt, jetzt stellt sich halt Herr Müller, glaube ich, war es hier der Berliner Bürgermeister, wo ich auch so ein paar Insider-Informationen mal erfahren habe, aus sehr, sehr verifizierter Quelle für mich. Deswegen muss ich den sowieso immer so ein bisschen beschmunzeln. Aber der sagte ja, dass das vor allem Egoismus sei und auch Gleichgültigkeit. Das ist eine, ich weiß nicht, das ist, also das macht mich wirklich sauer. Ich könnte drüberstehen und könnte einfach sagen, aber das macht mich wirklich sauer. Vor allem Hintergrund dessen, was ich mich informiert habe, über alles, was diese Impfung betrifft, dieses Virus betrifft und so weiter. Was ich mir an Informationen habe, mühsam zusammengesucht, meine eigenen Gedanken gemacht, die ganze mentale Belastung, die das alles nach sich zieht. Da kann man sich noch so positiv positionieren. Aber besonders als junger Familienvater ist das eine unfassbare Belastung. Wirtschaftliche Aussichten, die sich eintrüben. Du weißt nicht, wie geht es weiter? Wie sieht es mit Kindergarten aus? Und dann kommt so ein Punkt, Punkt, Punkt und sagt dir im Grunde genommen, das ist Egoismus und Gleichgültigkeit, wenn sich die Leute nicht impfen lassen. Lassen wir es gut sein. Lassen wir es gut sein. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Kurz einmal, ganz, ganz wichtig. Schauen wir auf die Märkte. Ich habe noch was zu kurz vorbereitet, zu KSS an dieser Stelle. Beziehungsweise nein, bevor wir zu KSS kommen, für ein potenzielles Second Day Play, dazu schreibe ich heute auch noch was, ganz interessant, weil es letzte Woche ein Thema war. Der eine oder andere hatte diesen Breakout im IWM gesehen. Das ist der ETF auf den Russell 2000 an dieser Stelle. Und wir hatten, oder ich hatte in diesem Zusammenhang gesagt, was ich nach diesem Breakout jetzt sehen möchte, ist, dass wir in dem Zusammenhang ein Retest der Ausbruchregion zu sehen bekommen. Jetzt ist natürlich das sehr Vorteilhafte, was wir derzeit zu sehen bekommen, eben diese Abgaben im europäischen Markt. Also wir sind gestern bereits hier zum Marktöffner relativ zügig in diesem Bereich geflasht und haben schon eine starke Reaktion erstmalig gesehen. Ziemlich punktgenau. Die 32, 233 war es in dem Fall, haben also diesen Bereich schon angetestet. Dadurch, dass wir jetzt Abgabedruck im europäischen Markt sehen, ist das so, dass wir eine Chance erwachsen sehen, dass es zu einem Gap-Down kommt. Und dadurch haben wir eine ganz interessante Möglichkeit hier, diesen Retest auch entsprechend einzuordnen, ob der nachhaltig ist oder nicht, beziehungsweise ausgehend von der dann folgenden Price Action auf den Opening um 15.30 Uhr. Also was ich meine, ich gehe mal ganz kurz hier auf, habe ich ihn überhaupt offen? Ja, da ist er. Da ist der IWM und der kommt mit einem Gap-Down schon rein. Das kann man hier erkennen an dem Umstand, dass der, dass der orangene Button in Anführungsstrichen gerade im Daily Chart niedriger war. Also wir eröffnen unterhalb der Tiefs und des Schlusskurses von gestern und zwar hier. Und das ist übergeordnet, nochmal, wir können nochmal auf den Daily gehen. Das ist genau diese Breakout-Region. Das ist der Bereich um die ehemaligen Hochs, in denen wir jetzt eröffnen. Und was ich jetzt machen würde, IWM, also das ist der ETF auf den Russell 2000. Was ich machen werde, ist, ich schaue mir zur Eröffnung an, also um in dem Fall 15.30 Uhr, wenn die Kasse reinkommt, dann möchte ich sehen, dass wir diesen Bereich halten können und mal sehen dann in dem Zusammenhang, ob es gelingt, dann den volumengewichteten Durchschnittspreis zurück zu erobern. Wenn das gelingt und wir den halten können, besonders wenn wir zurück über 2.33 Uhr an der Stelle laufen, diesen Bereich halten können. Also das ist so ein bisschen der Schlüsselbereich. Gestrige Tagestiefs, ich mache das mal rund hier, 2.33 Uhr, so. Wenn es gelingt, ein Moment, ich schneide das mal aus, ich male das mal ein, das ist, dann sieht es besser aus. So, also, jetzt einen roten Stift, so. Also, wir sehen, ich zeichne ganz kurz noch den blauen weiter hier. Das ist, also dieses, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Das ist der, der WeWop an der Stelle. Ich schaue das mal hier an die Seite. Das ist der WeWop. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Tutorial gemacht. Und was wir jetzt sehen wollen, oder was ich sehen möchte im Bereich dieser Ausbruchregion ist, dass wir eventuell einen kurzen, entweder aggressiven Flasch auf der Unterseite sehen, mit einem erhöhten Volumen, oder dass wir zurücklaufen, über WeWop uns halten können und oberhalb von 2.33 und dann hier vielleicht eine enge Konsolidierung sehen. Müssen wir mal schauen. Das ist das, was ich sehen wollen würde, um gegen diesen Bereich mich long zu positionieren, in Erwartung, dass es dann in den kommenden Tagen einen Bounce auf der Oberseite gibt. Setzt natürlich voraus, dass jetzt nicht wirklich starkes Risk-Off in den Markt kommt und wir dann die europäischen, den Abgabedruck in den europäischen Märkten deutlich fortsetzen und hier solch ein Szenario nicht stattfindet. Also Rückeroberung der 2.33, Rückeroberung der Stabilisierung oberhalb von WeWop, was aber alleinstehend noch nicht ausreichen würde. Wie gesagt, ich möchte gerne sehen, dass wir die gestrigen Tagestiefs hier im Bereich 2.33 zurückerobern und halten können und oberhalb von WeWop. Also das ist kein und oder, sondern das ist ein und und ausschließliches und. Also das heißt, wenn das eine erfüllt ist und das andere nicht, kommt kein Trade zustande, sondern beide Kriterien müssen erfüllt sein. Das heißt also ein Rücklauf über 2.33, also ich zeige nochmal hier, das ist die 2.33 als Key-Level, oberhalb halten und oberhalb von WeWop, das wäre für mich so ein Grund, mich hier von der Long-Seite eben entsprechend zu positionieren, in Erwartung, dass wir gegen diesen Bereich dann wieder aufdrehen. Das würde vielleicht ein bisschen Geduld beanspruchen, aber wir haben natürlich weiterhin auch ein sehr vorteilhaftes Szenario, nämlich dahingehend, dass die Volatilität ja abnimmt, rückläufig ist. Also nochmal, setzt jetzt so ein bisschen voraus, dass das auch wirklich der Fall ist. Wie gesagt, wenn die europäischen Indizes weiter Abgabedruck sehen und jetzt wirklich Risk-Off in den Markt kommt, dann wird auch die Volatilität einen schärferen Anstieg sehen und dann sehen wir eventuell auch einen sehr turbulenten, ich nenne es mal Pre-Thanksgiving-Handel an der Stelle. Aber grundsätzlich sollten wir mit Aussicht auf Thanksgiving nächste Woche eher eine abnehmende Volatilität und eher ein saisonal günstiges Umfeld eben vorfinden. Und das scheint mir ein durchaus interessanter Bereich zu sein. Und das Schöne oder das Interessante ist in diesem Zusammenhang, wir kommen mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko in solch einer Trade rein, weil wir wissen ja auch relativ zügig, wo wir falsch sind. Also mal angenommen, wir positionieren uns dann gegen die 2,33, 2,33, 20, 2,33, 30, sowas in dem Bereich Long, dann sagen wir einfach, naja, wir arbeiten mit einem Stop unterhalb hier der 2,33, unterhalb dieser Tiefs. Also das heißt, wir kommen eventuell hier mit vielleicht 50 Cent Risk oder sowas, da kommen wir in den Trade rein und zielen auf der Oberseite dann ja auf einen eigentlichen Swing-Gedanken. Also das ist ja eigentlich ein Swing-Trade, den wir aufsetzen, in Erwartung, dass wir nach diesem Retest diese Bullishness fortsetzen und mindestens bis in Gefilde um 2,55, 2,60 laufen. Also das ist so Chancen-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive, ist das glaube ich eine sehr, sehr attraktive Angelegenheit, die der IW uns da durch diesen Verlauf jetzt gerade präsentiert. Ja, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, wie sich das herauskristallisiert, ich glaube, das ist allerdings ein durchaus interessanter Markt, wo man einen Blick drauf werfen sollte. Und dann möchte ich noch ganz kurz eingehen auf KSS. Ich hatte gestern tatsächlich KSS, also Coles, hatte ich nicht in meinem Gameplan eingefangen gehabt, beziehungsweise ich hätte es noch geschafft, nein, ich hätte es eben nicht geschafft, ich hätte es noch aufnehmen können, aber dann hätte ich mich auf mein Trading nicht vorbereiten können. Das war das Problem, deswegen habe ich den rausgelassen. In der Discord-Community wird man dieses Setup nicht sehen, aber das spielt auch gar keine Rolle. Das Earnings-Play gestern ist vielleicht gar nicht so, ja, ich sag mal, spektakulär oder gut tradbar. Klar, man könnte dieses Rock-Pull-Szenario zum Beispiel, welches wir am Vortag in Lust gesehen haben, auch hier Anwendung finden lassen, dass wir sagen, wir haben sehr starke Earnings, wir werden gleich einen Blick drauf werfen, das waren wirklich crushing numbers, also das waren richtig, richtig starke Zahlen und das hat sich auch sofort im vorbörslich gehandelten Volumen bemerkbar gemacht. Ich will das mal ganz kurz hier gucken. Okay, ich habe es nicht. Also, da sind gestern mehr als fast schon 30 Prozent des vorbörslichen Volumens in der Vorbörse gelaufen. Kohl's ist jetzt kein so hoch liquider Titel, etwas über drei Millionen Stücke, die da pro Tag im Schnitt gehandelt werden, aber dennoch hatten wir über 700, fast 800.000 Stücke, die da in der Vorbörse gelaufen ist, was da unglaubliches Interesse nach sich gezogen hat auf diese sehr starken Zahlen. Und dann sind wir zur Eröffnung eben hier in dem Bereich, um in dem Fall war es 58 geflasht. Also, das war so eine Region, gegen die hat man erkennt, also wir sind in 58 geflasht und haben dann Quick Rebit über die 59 gesehen. Und die 59 wiederum, das war der potenzielle S2. Und das ist dahingehend halt interessant, weil wir nicht nur eine starke Reaktion, sondern eben, man kann das hier vielleicht auf der Minute noch ein bisschen besser sehen, weil wir nämlich auf diesen recht starken Flasch auf der Unterseite von der 62, wo die Eröffnung lag. ATR liegt im Bereich etwas über zwei Dollar. Das sind also, in dem Fall sind das fast zwei ATR, die wir auf starke Earnings in die Eröffnung flaschen und dann einen Quick Rebit und auch Halten hier der 59 sehen. Also, Flasch drunter, rüber, Retest halten und das hat einen sehr, sehr interessanten Trade, also kurzfristig zur Eröffnung innerhalb der ersten halben Handelstunde nach sich gezogen, weil du warst in der Lage, gegen die 59, dich long zu positionieren, mit Ziel mindestens erstmal Tageshochs, also Orientierung so 61, 50, 62. CRV-technisch unglaublich interessant, weil du weißt, unterhalb der 59 an der Stelle bist du falsch. Gut, jetzt habe ich zu viel reingeredet. Also, so hätte man die Earnings, erstmal das Earningsplay spielen können, aber sonst war der Handel dann nicht so interessant. Also, die Eröffnung war sehr, sehr interessant, aber dann alles, was danach folgte, war nicht mehr so spannend. In den Abend hinein wurde es dann allerdings interessant, weil wir haben nämlich im Bereich der Tageshochs geschlossen. Und zwar hier. Und im Tief gehandelt bei 58, im Hoch geschlossen bei über 62, das ist also die zweifache ATR. Ich will es mal ganz kurz hier zeigen. KSS, Kohl's, KSS. Da vierfach mal so viel Volumen gehandelt wie normalerweise. 3,7 Millionen, gestern fast 15 Millionen Stücke gehandelt worden. Und gestern ATR, da kann man was haben, hier 2,26. Und das, was da jetzt so interessant ist, ist, wir laufen auch in eine sehr starke Widerstandsregion um 64, also die vielleicht sogar fast magnetisch vielleicht wirkt. Wir können mal kurz in die Vorbörse gucken. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Die können die, also die 62 ist so ein bisschen die Inflection für mich. Das wird so mein Key Level sein. Wenn wir die zur Eröffnung zurückerobern können, uns oberhalb stabilisieren können, dann wäre das für mich ein Kandidat, bei dem ich davon ausgehe, dass wir die 63, darüber die 64 vielleicht sogar anlaufen für ein sogenanntes Second Day Play. Also sprich, dass wir davon ausgehen, dass diese gestrige Stärke auf diese starken Earnings, die habe ich hier mal vorbereitet, dass wir diese Bullishness fortführen. Und dass wir dann eben entsprechend hier diese Attacke mindestens auf die bis dato Jahreshochs nochmal starten. Also den Bereich, wie gesagt, 64, 50, vielleicht sogar 65 in den kommenden Tagen, vielleicht sogar heute, je nachdem. Und dass Coles dafür gut ist für solche Moves, das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen. Also diese Volumen-Spikes, die hier teilweise stattgefunden haben, besonders jener Spike hier. Der eine oder andere erinnert sich, ich hatte dazu auch schon mal ein Tutorial gemacht gehabt. Und wir haben gesehen, diese Second Day Place, da gab es dann auch entsprechende Follow-Through-Action an den Folgetagen mit entsprechenden Bullishness, die sich fortgeführt hat. Und genau darauf wollen wir auch diesmal abzielen, mit diesem Play eben. Und wie gesagt, wenn wir uns oberhalb der 62 halten können, ist solch ein Drive in Richtung hier der 64, 65er Region auf der Oberseite heute durchaus im Bereich des Möglichen für KSS. Also ein durchaus interessanter Kandidat heute aus trading-technischer Perspektive. Zweiter Kandidat, also Earnings vielleicht noch mal ganz kurz, was jetzt hier war. Also Sales, also Kohl's Sales, SAW, rise by 16%, also das heißt, die Verkäufe sind um 16% im dritten Quartal angeschrieben. Und ich gucke mal ganz kurz, gibt es hier noch mehr Details? Ja, Earnings per Share. Earnings per Share lag bei einem Dollar 65 gegen 64 Cent erwartet. Also mehr als 100%, fast 200% Gewinn pro Aktie höher ausgegeben. Revenue ebenfalls unglaublich stark mit 4,6 Milliarden gegen 4,27. Und ich gucke mal ganz kurz, steht das hier drin? Wenn nicht, dann, okay, dann schaue ich mal ganz kurz hier in meiner Aufzeichnung. Und zwar haben die ergänzend dazu auch eine Guidance für das komplette Jahr, also die ist natürlich am 4. Quartal orientiert logischerweise, ausgegeben von 7,10 bis 7,30 ungefähr. Was in der Stelle deutlich oberhalb der 5,80 bis 6,10 bis dato ausgegeben wurde. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, extrem starke Earnings an der Stelle. Und wie gesagt, durch den gestrigen Kursverlauf und den sehr starken Close auch ein Kandidat eben hier für weitere bullische Action auf der Oberseite. Und ein anderer Kandidat für heute wäre Applied Materials. Kürzel ist A-M-A-T. Ich mache die Aktie auch hier mal kurz auf. Amat. Applied Materials. Die haben enttäuscht. Die haben enttäuscht. Also haben schon einen sehr starken Breakout gesehen. Was wiederum, also sind so ein bisschen ahead of themselves gelaufen vielleicht sogar. Also sehr starker bullischer Breakout hier Anfang November. Notierten gestern zum Schluss bei 159 und haben dann auf diese Earnings, die veröffentlicht worden sind. Ich zeige euch das mal kurz. Zack, hier. Habe ich gestern Abend noch tweetet gehabt. Gewinn pro Aktie unter der Erwartung. Revenue leicht unter der Erwartung. Und auch eben, weil es im Bereich sogenannter Semiconductor, also das heißt Halbleiter, da gibt es ja Engpässe, Lieferengpässe und dergleichen, sieht hier eine Supply Shortage. Wenig überraschend, denn das hat dann auch schon AMD, auch ganz besonders Intel in Aussicht gestellt. Und nichtsdestotrotz to persist in near term. Also das heißt, kurzfristig wird sich das nicht ändern, diese Materialengpässe, die man hier eben sieht. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir wenig überraschend, ich zeige das mal kurz in der Nachbörse, einen scharfen Drop gesehen haben. Von 158 sind wir fast 10% verkauft worden. Haben einen Boden gefunden gegen die 145er-Region ungefähr. Können uns jetzt aktuell oberhalb dieser Tiefs halten? Also wir müssen mal abwarten, ob wir es schaffen, um zur Eröffnung die 150 zu erobern und zu halten zu können. Nach Möglichkeit sogar die 152 vielleicht. Dann könnte es das nach unten schon gewesen sein. Weil dieser Flushout hier, der entspricht ziemlich genau einem Retest dieser Ausbruchregion. Hier, das ist ungefähr ziemlich genau ein Test dieser Ausbruchregion. Hier können wir es sehen, 145. Das waren die Hochs aus dem April. Und wenn wir diesen Bereich jetzt gleich zur Eröffnung verteidigen können. Oder Alternativ-Szenario. Nicht über 150 eröffnen und dann die 152 erobern können. Vielleicht zur Eröffnung nochmal einen kurzen Flush stehen auf der Unterseite. Risk of, was in den Markt kommt durch den europäischen Abgabedruck und so weiter. Dann allerdings diese Region um 145, 146 halten können. Könnte das vielleicht ein attraktiver Kandidat sein, auch hier sich da gegen diesen Bereich long zu positionieren. Also das heißt, ein erneutes Aufdrehen eben zu sehen zu bekommen, welches uns dann in die upper 150s führt. Also das heißt, zwischen 155 und 160 eventuell eben bewegt. So, ja. Das also noch zu Applied Materials. Also zwei Kandidaten für heute, die interessant sind. Erstmal jetzt auf den ersten Blick. KSS, Kohl's für ein Second Day Play und Amat, also Applied Materials für ein Earnings Play. Wobei die Region hier um 145, 146 im Mittelpunkt des Geschehen steht. In Bezug auf den DAX, die Frage der Fragen, können die jetzt tiefs um 16, 150 gehalten werden können. Wie gesagt, da kommt jetzt gerade so ein bisschen Risk of auf. Begünstigt durch diese Entwicklungen, die wir dort aus politischer Perspektive sehen. Lockdown und dergleichen. Euro droppt unter die 1,13. Ist jetzt nicht der attraktivste Trading Kandidat. In Bezug auf Gold könnte es sein, dass wir uns darauf vorbereiten sollten. In Folge auch jetzt des anstehenden Wochenendes, dass vielleicht ein Bruch hier aus dieser Trading Range vorbereitet wird. Das Risiko eines Flashouts nach unten besteht weiterhin. Stichwort Optionsverfall nächste Woche. Und einige Stillhalter, die werden sicherlich einiges in die Wege leiten, um dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu einem deutlichen Bruch über 1.900 kommt, um nicht in entsprechende Zahlungsverpflichtungen dann zu rutschen. Und ja, das wäre es nunmehr soweit meinerseits tatsächlich gewesen. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier, falls euch das Morning Meeting gefallen hat. Und ja, Kommentare, wie gesagt, gerne unterhalb des Videos, gerne in die Chatbox und auf der Webseite, gerne über Twitter, gerne per E-Mail. Würde mich freuen, von euch zu lesen, mich mit euch austauschen zu dürfen. Schaut gerne vorbei in der Discord-Community, wo ihr hier, hoppala, das ist ganz wichtig vielleicht. Habe ich ganz vergessen jetzt. Und zwar, ich habe heute früh, also das findet man auch bei mir auf der Webseite hier, der Link, einen Blogartikel zu einem Play. Das war ein Under Armour, das war ein anderer Titel, aber das ist das gleiche Play. Da thematisiere ich solche Second Day Plays, also wie man die angehen kann. Also in Vorbereitung auf den Handel heute auf KSS ist das vielleicht ganz hilfreich. Ich stelle nochmal ganz kurz hier einmal den Link hin ein. Moment, so. Also, gerne einmal vorbeischauen dort und Game Plans folgen. Also das heißt, da werde ich gleich noch was zu KSS einstellen, da werde ich gleich noch was zu Amat, also Applied Materials einstellen. Ja, und dann schauen wir mal. Dann rocken wir zusammen hoffentlich die Märkte. Also, happy trading. Passt auf, was du hast auf. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Erholt euch gut und wir hören uns wieder am Montag dann um 10.30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.